Der Bürstner Premium 495 TK ist ein familienfreundlicher Wohnwagen, der bis zu 7 Schlafplätze bietet. Mit einer Gesamtlänge von 7,15 m und einer Breite von 2,32 m kombiniert er geräumigen Wohnkomfort mit praktischer Funktionalität. Ausgestattet mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 1.400 kg, die auf bis zu 1.700 kg auflastbar ist, bietet er Flexibilität für zusätzliche Beladung. Highlights sind das Kühlschrankvolumen von 142 Litern und eine Wassertankkapazität von 44 Litern, wodurch er sich ideal für längere Reisen eignet.